ja hallo zusammen da bin ich wieder mit einem kleinen info video und zwar einfach mal nur so in betracht dessen dass morgen abend tatsächlich weihnachten ist ja das gibt es sozusagen also es ist der 23 12 und mit diesem video möchte ich euch einfach mal frohe frohe weihnachten wünschen liebe freunde ein sehr turbulentes jahr liegt tatsächlich hinter uns mit vielen höhen und liefen sowohl privat als auch geschäftlich wollte gerade sagen ein sowohl auch auf youtube und ja jetzt ist die große zeit gekommen zur entspannung ja freunde und die zeit im kreise der liebsten familie und freunde und ja in diesem zusammenhang möchte ich einfach frohe frohe weihnachten wünschen liebe freunde vielen vielen dank auch für dieses jahr da gehe ich auch noch weiter darauf einen beim jahresrückblick der nächste woche kommt allerdings habe ich eine ankündigung zu machen und zwar ich werde ja die zeit zwischen weihnachten und neujahr nutzen um mich zu auszuruhen also ich werde tatsächlich keine videos hochladen in der nächsten zeit bis zum 10 januar habe ich dann noch urlaub und ja in der zeit werde ich nicht aufnehmen ich werde die zeit einfach mal für mich nutzen einfach mal ein bisschen durchzuatmen quasi so eine art weihnachtsruhe im prinzip aber heute kommt noch die letzte folge empire hoch und ab morgen da ist dann weihnachten heiligabend angesagt und ja hier sind wie im letzten jahr schon die vorbereitung am laufen frau backt schon kuchen und alles weihnachtseinkäufe haben wir gestern schon gemacht und ja morgen kommt dann unsere liebsten und natürlich alles corona konform wie auch immer man das nennen möchte und ja genau da freue ich mich drauf ich freue mich jetzt einfach mal zur ruhe zu kommen weil ja es war schon teils auch anstrengende zeit für mich auch durch den job wechseln und alles und ja das ja das war schon sehr ereignisreich aber wie gesagt alles weitere zu dem thema im nächsten video das wird dann der jahresrückblick sein wie gesagt im zeitraum vom 24.12. bis 10.01. kommen erst mal keine neuen videos ich hoffe ihr seht mir das nach dass ich mich mal ein bisschen durchatmen muss und ja was machen war jetzt heute noch heute wenn ich meiner frau gleich beim backen helfen ansonsten morgen morgen abend schön in die kirche gehen wie sich das gehört und dann bescherung und ja einfach schön am tannenbaum sitzen und ja vielleicht noch kevin allein zu haus gucken sind meine lieblingsfilme zu weihnachten und ja freunde dann hoffe ich dass ihr auch die möglichkeit habt euch mit euren liebsten zu treffen und ja euch einfach wohl fühlt dass keine streitereien oder so auf euch zukommen und ja in diesem sinne freunde wünsche ich euch eine frohe frohe weihnachten lasst euch reich beschenken entspannt euch gut und ja bis zum jahresrückblick video wenn ihr das schaut ansonsten bis zum 10 januar würde ich sagen alles klar bis dann euer sie wie bis zum jahresrückblick 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 Vielen Dank.